Video Check Ja, ich wollte nochmal kurz zeigen, wir arbeiten unter ganz professionellen Bedingungen Die Kabeltrommel ist extra nicht abgerollt, damit sie ein bisschen Wärme schafft Also auch hier der Übergang hundertprozentig, alles ist genau Also beim Video Check wird schon sehr auf Qualität geachtet Wir haben hier unsere Softbox-Scheinwerfer, könnte man sagen Dann hier unser Makita-Stativ, keiner hat glaube ich so ein hochwertiges Säure-Stativ wie wir Und gepaart mit einer Rückenspritze und einem, was ist das hier, Feltins-Stativ Schön ordentlich aufgehangenen Winstreet, damit das hinterher gut aussieht Und unsere Testreihe hier natürlich auch professionell gezeigt werden kann Also Video Check verbirgt für vollste Zufriedenheit Video Check